So, willkommen zurück zum zweiten Teil vom Display von OMSI, der Omnibus Simulator 2. Wir befinden uns immer noch in Neuendorf auf der Linie 301 und in Richtung Freiberger Ring. Genau, und es geht weiter. Ja, wir fahren immer noch mit dem Citaro O530er, und zwar in der E-Variante, mit dem Busfahren hier, schön herrlich grün, glaube es ja nicht, glaube es ja nicht. Das gefällt mir doch. Oh, warte, geht es. Nächste Haltestelle, Herrenbrücke. Und da kommt auch schon der Kollege wieder zurück. Ist das der Gingbus hier? Ja, das ist der Gingbus, genau. Moin, moin. Und weiter geht es. Nächste Haltestelle, Heinrich-Heine-Straße. Also man muss sagen, die Karte ist sehr schön gemacht und, ja, Hut ab also. Die, die hier die Karten bauen können, also Hut ab, sage ich dazu nur. Wenn ich sowas könnte, wäre ich sofort dabei, also auch eine Karte zu bauen, aber leider kann ich das nicht. Naja. Guten Tag. So, jetzt müssen wir wieder ganz kurz warten. Ja, aber so ist es halt mal, ne? Ja. 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 Nächste Haltestelle, Schlüsselwiese. Äh, Jungs, ich hoffe mal, was ihr da macht, das ist nicht, äh, hier, ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Stopp, Tierpark. Oh, da sehe ich mal nichts, aber viele gehen jetzt heute in den Tierpark, schön. So, dann gehen wir weiter mit uns. Nächste Haltestelle, Braunschweiger Straße. Genau. Ich muss ja schwingst in einen rechts fahren. So, jetzt sehe ich es jetzt nochmal hier angelegt. So, jetzt sehe ich es. Nächste Haltestelle, Hochwaldstraße. Ach, ich liebe die Ampeln. Wie immer das gleiche, ich bin cool. Aber das ist ja schon normal. So, jetzt sehe ich es mal vor. Ich biniffe und ich bin Deccaerti zum terminating. J-gingig dazu. Und dann scheッ her mit dem Abwechpt. Also, du kannst es mir unsere compliant. Prends hierdem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Genau, wir sind jetzt auch schon an unserem Ziel angelangt. Die letzte Hallestellte frei bei gering. Genau. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Let's play OMSI 2 der Universimulator mit mir, mit dem Peter. Bis dahin, sag ich mal jetzt, ciao, ciao und wunderschönen Tag euch noch.